Elterngeldstelle Reiner Zufall hier, was kann ich für Sie tun? Achtung, das sollten alle Eltern wissen. Guten Tag, Volker Racho mein Name. Ich bekomme bald mein zweites Kind und somit ab sofort 10% mehr Elterngeld von euch. Hast du Lack gesoffen oder was? Schnorren kannst du in der Innenstadt. Ich glaube nicht, denn ich rede vom sogenannten Geschwisterbonus. Dieter Hilfe, hier weiß jemand Bescheid. Geschwisterbonus? Ganz recht, diesen bekomme ich, weil ich jetzt mein zweites Kind bekomme. Ach, Papa la Papp, da gibt's aber Voraussetzungen und zwar... Wenn im Haushalt mindestens ein weiteres Kind lebt, welches unter 3 Jahre alt ist, beziehungsweise zwei weitere Kinder, die jeweils nicht älter als 6 Jahre alt sind, das ist bei mir der Fall. Den Antrag für den Geschwisterbonus stellt man ganz einfach mit Hilfe des Elterngeldantrags. Dies habe ich hiermit getan, also Kohle her. Äh, was? Achso, die Voraussetzungen treffen auf Sie zu. Ähm, sagen Sie das bitte keinem weiter, von wem wissen Sie das? Tja, ganz einfach, ich folge Finanzhacks, sollten Sie auch tun, da lernen Sie sowas.